Ich habe jetzt Fischstufe oder Fischstufe 2 jetzt. Morgen wird es den ganzen Tag klar. Hier ist Blüten. So, jetzt die Brasse abgeben. Dann muss ich auch noch abgeben. Muss ich auch noch abgeben. Wo Evelyn? Nein. Victor, ich wünsch dir was. Tschüss Victor. Tschüssi. Oh, eine neue Aufgabe an der Wand. Äh, ich möchte einen Kaulbarsch zweimal haben. Schwarz, das habe ich nur. Kaulbarsch. Den kriegen wir nur entweder unten links oder oben rechts. Also bei der Mine draußen. Oder unten bei der Farmfrau. Ja, Evelyn im Haus? Ja, die ist im Haus. Die ist im Haus. Ach komm. Ähm. Wo war die Quest? Kaulbarsch. Kaulbarsch. Wo war Kaulbarsch nochmal? Ähm. Und links? Oder oben bei der Mine? Hm. Da steht auch jederzeit drin. Hm. 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 Einen Kaulbarsch. Einen Kaulbarsch. Einen Kaulbarsch. Zwei Stück. Peter. Ja. Wo machst du Blumen? Ne, mag er nicht. Schade. Entschuldigung, hier haben sie einen Strauß Blumen. Ich hab gedacht, dass Sebastian Blumen mag. Aber mag er nicht. Der denkt sich nur müht. Entschuldigung. 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 Hm. Es ist kein Blumen. Es ist auch auch klar. Und ich angel, angel, angel immer wieder. Und ich angel, angel, angel hier schon wieder. Und ich angel, angel, angel irgendwas cooles. Oh ja. Ah, ah, ah. Ich hab so einen schönen Karpfen. Schalalalala. Einen dicken fetten Karpfen. Schalalalala. Healala. Jack, pelt. Pelt. Held. Ich bin immer noch dabei. Ja, bei mir springt der tausendmal hinterher. Aber ein Kaulbarsch. Kaulbarsch. Ja. Toll ich auch einen. Weißt du, was auch lustig wäre, was wir zusammen spielen könnten? Mhm. Oh, ein Kaulbarsch. Ja. Ähm. Äh, Splinter Cell. Oh, hier ist ein Bubbel. Da kommst du glaube ich nicht dran, weil der so schräg ist. Ich denk schon. Ah, er hat doch noch Geld. Wie ging noch? Jetzt ist es weg. Oh nein. Oh, wie viel Pech. Ja. Na, wenn du es drauf wirfst und dann diese blauen Partikel kommen. Gilt das. D-Tang. Mhm. Komm, gib mir noch einen Kaulbarsch. Ich hab silbernen. Mhm. 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 Also einen silbernen und einen normalen. Ich will gerne... Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich warte, warte. Ich brauch mehr. Is cool. Forellen barsch. Forellen arsch. Forellen Johns barsch. Arsch. Forellen barsch. Barsch. so muss ich willi 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 war der und der angler ich krieg einfach keinen oder ist schild gerade am angeln er hat mir eine gewinnkarte gegeben und ich darf ihn behalten der bürgermeister empfischte ich einfach mal beim müllkram also ich bekomme ein 40 setzling das heißt wächst 28 tagen zu einem reifen 40 baumhörn trägt im sommer immer früchte wächst nur wenn die acht umliegenden felder leer sind aha heißt landen wir pflanzen denn jetzt am letzten sommer tach vielleicht früchte ja gut besser als nichts ich glaube so ein versiches setzling kostet auch voll viel die kosten 4.000 oder 6.000 sogar ich pflanze den wo pflanze ich den pflanze den oben zu den ne des durchgangs dort fast weil mir die punch to peachy gespielt habe mit dem baum faul barsch endlich i don't know ja wie gesagt noch so richtig durchgespielt habe ich halt noch nicht ich muss noch alle collectibles haben keine ahnung ob ich halt morgen streame noch oder weil sie ist gepflanzt das willi hier schon in der ta- in der taverne ja da ist er aus hier ist deine belohnung glückwunsch danke geschafft äh bleiben bleiben die erdbeeren auch über sommer glaubt nicht und ich verärgere die dabei voll traurig wieso mögen die keinen mehr rettich keinen wilden mehr rettich wilden mehr rettich ist doch voll gesund da ist eigentlich brauchen wir gar nichts äh gießen ne also am nächsten tag alles hinfällig naja wir haben noch den 28 20 ja gut dann gießt sich eben alles fix mhm da ist ja so energie übrig von daher ich glaube einmal müssten die noch wachsen ich glaube die kartoffeln an die ich hier gepflanzt habe sollten auch noch wachsen eigentlich ich sehe halt überhaupt nichts ne ich sehe halt nicht ob ich schon gegossen habe oder nicht ja nur wenn du da rein guckst so eine ganze art bildschirm bist bin ich auch grad ja deswegen ich höre das ja soll jetzt sein lassen jetzt gibt moment noch am sortieren ich schieb gleich so was von der pizza in den ofen noch mal noch mal wenn ich meine gestern die Christen dritte sie die haben ich die 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 es ist ja bitte royal was denn das jetzt die roya meine kisten ich will auch kisten finden nicht nur allein soßenkönigin ein rezept gelandet man omelette macht ich habe 500 gold bekommen von papa ich will kisten finden ich habe eine und da fahren Was? Oh, dachte schon. Oh, die, die Truller ist da. Venusmuschel, gewinnlicher Pilz, Superseegurke. Hier Eisenbarren. Oh. Schade. Warte mal. Handwerksraum. Hörter. Hörter. Ich habe noch keine gefunden. Ich habe ein paar neue Ideen, über die ich schlafen kann, weil ich den grünen alle geangelt habe. Was ist denn hier? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, ja. Oh, verlorenes Buch gefunden. Naja, das ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber okay. Was ist das? Oh, das ist das. Oh, das ist das? Was ist das? Das ist ein Microfilter gewonnen. Ja. Ein Gotteslachsgängel. Ich hab ein Brot. Ich hab ein Brot. Ich hab ein Brot. 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 Was möchtet ihr haben? Brot. Dimitrius will drei Sardellen haben. Eine Sardelle kannst du kaufen. Sie muss angeln. Eine Sardelle kannst du kaufen. Wieso? Bei der Truller. Der will aber die angelt haben. Achso. Schade. Wo kann man die angeln? Im Meer. Dann gehen wir dahin. Handy hast du die große Tasche gekauft. Endlich. Ende. Hier im Meer. Werd ich sie angeln hier im Meer. Ja. Hm. Hm. Was? Ich hab heute nach diesen Kisten gesucht. Hätte ich auch. Eine gefunden. Hätte ich auch. ので. Ich suche gerne auferente. Beim Blubbel. Mehr hat auch keinen Blubbel. Wo Meer Blubbeln? Ich versuche die ganzen Büsche gerade so ein bisschen zu untersuchen. Auch keine Kiste. Eine Sattelle. Ja, komm. Das ist ein Hering. Ich angele nur silberne Fische, man. Ist gut, aber... Fischer. Eine Flunder habe ich bekommen. Hallo, Mia. Hallo, Mia. Er kam wohl schon nicht mehr da. Ich meine jetzt... Ah ne, ich habe Sardinen gefangen. Ich brauche Sardellen. Wurste Sardelle auch ein Meer? Ja. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht hoch zählt. Sardine. Da habe ich eine Sardelle. Dann vergesst nicht zu trinken, ja? Trinken wichtig. Ja. 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 Ich habe Köder. Ja. Ich habe Köder. Komm. Wie benutzt ich den Köder an der Angel? Äh, ich glaube, du musst Rechtsklick draufklicken. Oder Rechtsklick auf die Angel. Irgendwie sowas. Ich weiß ich nicht mehr. Rechtsklick auf die Angel. ich bin mir nicht mehr sicher irgendwie konntest du dir anlegen und eine bessere ich hab mir nicht mehr angehört ah ok ah stimmt da war ja was hüppes geht nein Spaß bei mir ist es wunderbar eine zerbrochene cd zetan 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 der ist lila der ist lila lila kannst du gut verkaufen ganz viel cash zetan 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 Ich hab Melonen, ich hab Tomaten, Blaubeer, Pekoroni, Weizen. Ja, undradieschen. Weizen. Mh. Mais haben wir auch. Wer wächst im Sommer und im Herbst? Aha. Das ist doch eigentlich am besten oder nicht? Mh. Nice. Machen wir auch dazu noch, und das ist Dünger? Äh, Dünger kannst du herstellen mit dem Harz. Okay. Ich hab jetzt mir fünf Stück gekauft, fünfmal Mais. Mehr kann ich nicht kaufen. So. Kannst du das eben fertig machen? Mit dem Dünger? Du hast fertig machen. Dünger? Achso, mit dem Dünger. Ich hab hier. Warte. Na, nicht, nicht. Na, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wenn man es echt doof sieht, doch egal. Mach. Mach einfach. Achso. Kann doch so machen. Einmal zu viel. Haben wir überhaupt noch so viel Saat? Ich hab die jetzt alle schon eingepflanzt. Den Klapp brauchen wir halt. Opfen. Wie geht es nicht? treffen sich zwei jäger beide tod jetzt habe ich sachen gepflanzt ohne dünger schreibe ich nicht an ich bin nicht an ich bin stinky gemischte blumensamen habe ich bekommen das ist interessant ja seitdem können wir nicht mehr angeln wir können wir nur im frühling und den herbst angeln ja dann verkackt die aufgewandte kuppe erst können machen und nicht klient ansprechen nicht erz schenken das mag also nicht mit dem erz geschenkt hast warum auch immer hallo louis ja louis habe ich kleines ich habe mir was geschenkt dass er ein bisschen fröhlich ist in seinem leben eine blume hat sich gefreut ist ein einfacher man wieso und weil du ab der fünften ebene wahrscheinlich die ärzte kriegst jetzt an der erziehung links ist weiter ich habe die lederschuhe nicht abgeholt da hast du mir gesagt ich habe es halt vergessen einfach gekonnt ignoriert zu mir leid ich habe gleich genug kupfer ich nicht dann geh mal über ebene 5 rein ja aber du bist doch schon da drin gewesen das heißt ich kriege sie nicht mehr ja wenn du sie schon gesammelt hast ich habe mir noch genug quellen da ist noch eine dich mal mehr als nur das dann sammle ich einfach was der übrige ist oh passt schon das passt doch schon wenn du sie brauchst das sind die Gummibären wer braucht das Clint ja Clint du bist halt eher der ich brauch das halt Clint du bekommst das ah Bibi sind es wahrscheinlich eine Kneipe oder ja wahrscheinlich Kneipensäufer ey wieso nein ja ich bin spät gesundheit ich hasse es ich hasse niesen wie kann man das geil finden ich verstehe es nicht kann man niesen nicht geil finden ja wenn du die ganze zeit niest dann hast du irgendwann keinen bock mehr auf niesen niesen ist wie so ein mini orgasmus ja wow du weißt schon dass wenn du die ganze zeit orgasmen kriegst das auch irgendwann schmerzen kann oder ja ja genauso fühlt sich bei mir niesen an schmerzen ja es ist halt schmerz es ist halt wirklich schmerz kein scheiß jetzt diese papagei hat angeschrien hier klar 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 ich habe auch schon wieder Hunger das ist so schlimm ja fette ist Drecksäcke ein sortiment von blumsamen pflanzt sie ein und sie was wächst interessant so erstmal steepslieb ich bin auf dem weg einfach mal einkflanzen und gucken was da ist 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 ich habe 1969 was hast du 1969 gold das würde sich ein sturm nähern richtet blitz und donner haben wir gar nicht raus glaube ich im lager luxus anderen köder die war es können wir beim jojo direkt verkaufen ich weiß es nicht weiß es nicht mehr wie viel haben wir für das hühner steuer für den hühner steuer gebraucht also 4000 also 4000 taugend ich meine dahin ein bisschen voraus machen reich der fische verkaufen wir teilen uns so was geld also nicht aber ich meine wenn wir es verkaufen du musst mein geld haben die ist ja gar nicht da ist es heute geschlossen oder was auch ne bitte nicht ich hasse euch so wo ist die denn an den meisten tagen geöffnet aber man sagt nicht wann toll was ist denn das für ein wix die area 40 kostet 6000 lächerlich ich becher mich weg was beende einfach meinen satz wundern so wundern so wundern so die guckt mich an und sagt egid du bist ja total dreckig dreckig na danke und mich wundern so wundern so wundern so wundern so wie in Hier ist es ein schönes Gemüsef. Belohnungen, Hühnerstatue, stehende Geode und ein Bild. Und Shane verkauft Eis. So, ich nehme jetzt mit Kupfer und ich gebe meine Spitzsacke ab. Ja, stimmt, ich habe ja die Aufgabe immer noch. Scheiße. Hm. Nur ein Meister der fünf Arten darf eintreten. Ich habe hier einen Geheimgang gefunden, eine Geheimtür. Wo? Dort, wo die Axt war, da ist ja so ein Baum. Also dort, wo die Axt war, da ist halt so eine Wand und da ist halt so eine Steintafel. Achso, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Ich habe das ganze Kupfer mitgenommen. Hm. Ich weiß nicht, wie viel Kupfer ich gerade nochmal brauche für die Spitzsacke. Achso. Ich habe halt echt gehofft, dass ich hier eine Box finde. Aber leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Nein, das ist Punkt, 16 Uhr. Nein. Aber den Tag hat er doch eh mal geschlossen. Nein. Nein? Sicher? So langsam. Egal, gehe ich jetzt ins Community-Central. Oh. Wie ist denn die Bogenforelle? Okay. Und dann renne ich jetzt zum Frischhändler runter. Dann kauf bei Ihnen... Eine bessere Angeln, oder was. Ja. meine fans brechen hat einfach richtig ein aber warum es geht es wieder so ein ding was ist das herzmuschel herzmuschel können wir auch im community haus abgeben ich weiß es gerade nicht kann sein der fischende hat schon zu alle schuld zu herren ich noch mal zum kreditierhaus rüber herzmuschel ab herzmuschel ab herzmuschel ab herzmuschel so herzmuschel 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 die folge ja die ist da drin ja er ist ein stecher es ist halt kein scheiß als wirklich ein stecher bei mani er sagt doch auch immer mit ihr bekommen wir reden sowieso hat standen so hast du das nicht mitbekommen der schleicht sich heimlich in ihr zimmer und bumm sie und bumm sie hier für dich aber ich glaube wir müssen und müssen mit ihr befreundet sein damit wir überhaupt da hinkommen können also müssen die geschenke machen ich gehe ich gehe mal zur nach oben weil wir endlich hühner brauchen muss befreundet damit machen um da reinzukommen ja richtig genau da aber da ist die unterhose siehst du die octopus will evelyn haben ein octopus ja ich könnte da reinkommen wir brauchen hundert stein hast du hundert stein gerade zufällig ja die habe ich super gewisse mit dabei nein wenn ich mal auf die zählen könnte im spiel ist das ganze kupfer hin in der silbenen truhe weiß nichts dann habe ich habe die schmelzen lassen aber wir hatten 20 stück gehabt aber da sind noch 39 stück hier drin ach so den kupfer barren ach ja was denkst du denn mann 50 stück hier im spiel Eis? Heute Eis? Ich habe meinen Spitzlack jetzt abgegeben Bang! Wo können wir das denn jetzt bauen? So. I'm going to the top. Hm? Ja, ich überlege gerade, wo wir unser Hühnerstall bauen können. Aber leider ist alles voller Bäume gepflanzt. Ja? Ich kann dich halt abpacken, aber ich lasse es. Wie denn? Einfach Hühnerstall auf dem Feld bauen. Hm. Bauen nicht möglich. Warum nicht? Ist das irgendwie scheiße? Oh. Was ist das für ein Balken jetzt? Jetzt ist halt die Energie. Wenn die leer ist, dann wir nichts machen können. Was ist das für ein Balken? Was ist das für ein Balken? Das ist für ein Balken zum Teil auf der rechten Seite des Spiels. Ist das für ein Balken zum Teil auf der rechten Seite des Spiels? Das ist ja. Was ist das für ein Balken? ich wollte gerade sagen, ich schwinge das schwert auf einmal BOOM Nächste Haltestelle, Haltestelle Der Mode von Opera, noch Käse Ja Wumms Alles was rechtes ist, okay BOOM Was ist genau da hingesetzt Hingesetzt, wo ich immer langlaufe Soll ich besser ein bisschen Platz gemacht, ich habe ein paar Bäume gefällt Okay, Ground Ich wünsche dir eine gute Nächtele 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 Und das was ich höre, alles kriege ist, gibt es doch nicht es war schlimm genug ich dachte ich müsste mein pc sofort ausmachen auf mein leben lieber pc ausmachen ich habe gerade ein lag gehabt wenn ein blitz war einfach widescreen so jetzt kann man auch langsam den tag beenden und dann würde ich auch erst mal stardew valley ausmachen ja und marmelade ist fertig geworden Ich bin auch im Community-Center. Ich muss mal alles wegmachen hier. Ist hier vielleicht irgendwie ne Kiste? Nein. Ich such immer noch nach diesen Kisten. Ich weiß, wo die alle sind. So. Na, die Spezialfische, das da. Jetzt war es schon zack. Ach ja. So. Nee, das ist auch nichts. Das ist auch nichts. So. Ja. Ist noch irgendwas? Hm. No. Oh. Nee. Aber Gewitter ist noch da. Ja. Okay. Boah. Ja.